Musik Musik Das war schlimm. Also ich fand das beängstigend, weil ich das noch nie erlebt habe. Ich habe eigentlich gedacht, gleich heben die Autos ab. Also so schlimm war das. Wir haben aus der Küche nur gesehen, dass auf einmal die Bäume waagerecht lagen. Dann schlugen alle Fenster zu und dann war es auch schon verbaut. Das war ein fürchterlicher... Also zwei Minuten Nebelsturm. Regen, Wind. Zwei Minuten. Starker Wind, Nebel, dann war es erledigt. Ja, Mama und ich, wir saßen im Wohnzimmer und haben Fernsehen gesehen. Ja, auf einmal ging auch Fernsehen, ging alles aus. Und ja, da kam der Regen und dann auf einmal ein Sturm. Wie gesagt, die Bäume, die waren richtig bis unten auf die Erde fast. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020